Fresst mal schön eure scheiß Moorrüben. Bodybuilding im Vegan... Vegan im Bodybuilding funktioniert. Willkommen auf dem YouTube-Channel von King Kalle. Ich muss lachen, weil ich gerade eben ein Video fertig gemacht habe. Ich dachte, ich mache gleich mal Schluss. Das zweite, was dann dementsprechend später ausgestrahlt wird. Und zwar geht es um euer Lieblingsthema. Was hält King Kalle von veganer Ernährung? Könnte man ein sehr kurzes Video draus machen, weil... Das seht ihr ja schon in meinem Gesicht, was ich davon halte. Also es geht um das Vegane im Bodybuilding. Ganz kurz vorweg erstmal zu der Gegendarstellung. Vegan, jetzt nicht wundern, ist eine gesunde Ernährungsweise, die auch gerade Krebspatienten zum Beispiel hilft, eventuell wieder in Ordnung zu kommen oder ihren Zustand zu verbessern. Für einen gesunden Lifestyle ist es natürlich gut, aber es hat im Bodybuilding nichts verloren. Vegan im Bodybuilding, wenn man jetzt von Bodybuilding ausgeht, wie ich es verstehe, und nicht wie jetzt hier die Schlaubacken, die da hinter der Kamera sitzen und jetzt mit Paul Unterleitner gleich um die Ecke kommen hat, so werde ich gleich was sagen. Bodybuilding im Vegan... Vegan im Bodybuilding funktioniert einfach aus dem Grund nicht, weil die biologische Verfügbarkeit und die Wertigkeit der Proteine nicht annähernd dem entspricht, was jetzt über Fleischkonsum erzielt wird, was man dem Körper zuführen kann, um Muskulatur aufzubauen. Das ist alles meine Meinung. Also ich weiß, es gibt ganz, ganz viel schlaue Leute da bei euch, die das Gegenteil beweisen, aber ihr könnt mal jetzt folgenden Trick versuchen. Ihr geht mal ganz schnell, dreht euch jetzt um, weg vom Fernseher oder wo ihr das auch gerade guckt und geht mal zum nächsten Spiegel und dann ist die Frage damit halt schon beantwortet. Und muss ich auch gar nicht drauf weiter eingehen. Ich kenne keinen veganen Bodybuilder der Spitzenklasse. Wir reden ja von Spitzensport-Bodybuilding, nicht hier von dem Freizeitsport oder Naturalscheiß oder keine Ahnung was. Ich rede von Hochleistungs-Bodybuilding der Spitzenklasse, also vom Endlevel. Und da kenne ich keinen Junge, der das macht, weil maximal, maximal kann man mit der veganen Ernährung, die kann man mit reinschmeißen, das ist einfach als Beilage sozusagen, um das als Ballaststoffe für sich zu verwenden, damit, wenn man als Schwergewichtler so viel essen muss, damit das auch vernünftig vom Körper alles verdaut wird und abgeführt wird wieder. Und dafür ist der Chef gut und für weiter nichts in meinen Augen. Paul Unterleitner, das Thema, was ihm angeführt wird, ja, der hat ja so viel Muskelmasse aufgebaut. Punkt 1, der hat die Muskelmasse nicht vegan aufgebaut, sondern er hat die Grundsubstanz sich mit Fleisch aufgebaut. Können jeder den Paul fragen oder anschreiben, wie er wollt. Ist so, er hat zwar vegan dann komplett auf vegan umgestellt, weil er auf Fleisch verzichten wollte, aber hat sich damit halt extrem limitiert. Weil Paul, habe ich schon mal gesagt, und das habe ich auch auf dem Trainingsvideo, glaube ich, gesagt, was ich mit ihm hatte, dass er ein Genetiktalent ist. Das sehe ich an der Form der Beine, an der Grundmasse, die er sich angeeignet hat. Wenn er dort angeknüpft hätte und unterstützt hätte, dann wäre das ein richtiges Viech geworden. Aber Olle Paul will das ja nicht. Das ist auch seine freie Entscheidung. Muss er ja auch nicht. Wenn er das für sich entscheidet, dann ist das völlig in Ordnung so. Ich sage euch nur, warum er so aussieht, wie er aussieht und was er erreichen könnte, wenn er es anders machen würde. Also ihr braucht dann euch auch nicht alle mit dem Paul vergleichen. Ansonsten fresst mal schön eure scheiß Moorrüben, trainiert mal so wie der Paul und dann guckt mal, was bei euch passiert. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und dann werdet ihr sehen, dass das alles Bullshit ist, Blödsinn ist. Ihr mit angezogener Handbremse fahrt. Die pflanzlichen Eiweiße, klar wirken die irgendwo in irgendeiner Form, aber nicht um Muskelmasse aufzubauen. Jetzt kann man natürlich von athletischer Muskelmasse reden oder einfach von der Muskelmasse, wie nennt man das, was die Mediziner sagen. Auch, sie haben ja so und so viel Muskelmasse aufgebaut. Also das hat nichts mit Bodybuilding-Muskelmasse zu tun in meinen Augen. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, für eine gesunde Ernährungsweise und Lebensstil ist das völlig in Ordnung. Und der Rest ist totaler Bullshit. Und dann wurde mir... Wurde ich auch unter anderem gefragt, was ich so einem Veganer ins Gesicht sagen würde, wenn er vor mir stellen würde. Geh mir nicht auf den Sack mit deiner Scheiße. Das Schlimme an den Veganern ist ja, dass sie uns damit penetrieren wollen. Das sind ja so wie so Jesu Christi Jünger, die mir ihren Glauben aufzwingen wollen. Lasst mich doch mein Fleisch essen, weil ich lasse euch doch auch euren Erbseneintopf da essen, euren gepressten. Also ist doch geben und nehmen. Wenn ihr das für euch entscheidet, dann ist das doch völlig in Ordnung. Aber wenn ihr das dann in Verbindung mit Bodybuilding und großen Muskeln und Top-Leistungen in Verbindung bringen wollt, da stoßt ihr halt ganz schnell an eure Grenzen. Physisch wie psychisch, weil das funktioniert nun mal nicht. Und den Geist, den Wünsch ist, den die Veganer teilweise von sich geben und dann versuchen, alles aussehen lassen wie Fleisch. Das ist ja der größte Schwachsinn für mich. Warum muss ich einen Schnitzel, was aus Erbsen gepresst ist, wie einen Schweineschnitzel aussehen lassen? Ich schneide mir doch auch kein Schweinefilet in Schleeblatt formen. Wie gesagt, es hat alles sein Für und Wider. Und dieses uns ständig damit penetrieren, wie gesund die leben und wie schlecht wir leben, ist alles Blödsinn für mich. Weil für die Veganer, ihr sagt ja immer, die armen Tiere werden alle gequält und dies und das und tralala. Aber eure scheiß Erbsenfelder, die werden angehört, da werden ganze Wälder für gerodet. Da fängt ja der ganze Schwachsinn schon an. Da werden fußballgroße Wälder gerodet, damit ihr euren Dreck fressen könnt. Und was ist denn jetzt besser? Eine Kuh großziehen, was wir schon über Jahrtausende gemacht haben. So, dann vernünftig schlachten. Heutzutage geht das ja modern. Wo ich den Veganern recht geben muss, es gibt natürlich auch Schlachthöfe, die unter aller Sau arbeiten und auch mit den Tieren das Tier als Gegenstand sehen. Aber ich denke mal, das ist dem geschuldet, dass so ein Schlachter halt irgendwann abstumpft, wenn der den ganzen Tag Tiere abschlachten muss. Also schlachten muss. Und dann behandeln die die halt auch wirklich wie so einen leeren Bierkasten, denke ich mal. Und da bin ich auch gar kein Fan. Also die sollen in Würde groß werden, die sollen auch in Würde abtreten. Aber das Fleisch von denen, das gehört auf den Tisch und auf den Teller von den Menschen nach wie vor. Der Ansatz ist, wie gesagt, woanders zu suchen, um diese Tiere zu schützen. Artgerecht, keine Massenhaltung, bin ich ganz bei euch. Aber am Ende des Tages, das Dek muss auf dem Tisch liegen. Und wir haben die Verantwortung, wir Fleischesser wie ihr Veganer, dafür zu sorgen, dass so ein Tier, wie gesagt, artgerecht gehalten wird und natürlich schmerzfrei und ohne Stress zum Ableben gebracht wird. Ganz einfache Geschichte. Da bin ich bei euch. Da würde ich euch sogar unterstützen, ein Stück weit. Aber nicht diese Kontroverse, die ihr bringt. Und dann ist doch klar, dass so eine Typen wie ich dann auch genauso reagieren. Ist doch logisch, ne? Dass ich euch alle nicht für voll nehmen kann, da draußen, die handelschwingenden Radizienfresser. So, ich denke, damit können wir das Thema Veganer auch erstmal wieder abhaken für eine gewisse Zeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Kind Kalle.